Na gut, jetzt kommt der zweite Teil des Weihnachtsblogs. Dass es sich um einen Weihnachtsblock handelt, könnt ihr sehen an der Kerze, die im Hintergrund vor sich hin brennt in einem Nest aus Tannennadeln. Und ich wollte dem zweiten Block Hölderlin widmen. Warum Hölderlin? Weil dieses Buch hier erschienen ist. Von Rüdiger Safransky. Eine wunderbare Biografie über den wohl rätselhaftesten und mythologischsten aller deutschen Dichter, Romantiker, mit dem ich mich früher auch schon beschäftigt habe in meiner Pubertät, als ich seinen Hyperion benutzt habe, um meine Liebesbriefe hochzupimpen. Und Hölderlin auch deshalb, damit wir diese schöne Musik jetzt hören können. Ja, die habe ich aufgenommen bei dem Konzert 2005, als Pink Floyd zum letzten Mal auftrat in der Originalbesetzung, nicht ganz in der Originalbesetzung, also war dabei David Gilmour, Roger Waters, Nick Wright an den Keyboards und Nick Mason am Schlagzeug. Einer fehlte. Und das war der Gründer der Band, der unglaublich talentierte und schöne und umschwärmte und genialische Sid Barrett, der die Gruppe gegründet hatte. Und im Grunde genommen, alle großen Erfolge der Gruppe später waren Elegien, waren Nachrufe auf Sid Barrett. Und was hat Sid Barrett mit Hölderlin zu tun? Auch Sid Barrett verschwand in den Wahn 1967. Der Hippie-Zeit hatte eine Überdosis LSD genommen und war für die Welt nicht mehr ansprechbar. Und ein großer Verlust. Und Jenny ist einfach sozusagen in die ewige Nacht abgewandert. Und Pink Floyd haben ihm dann hinterhergerufen oder hinterhergesungen Wish You Were Here, wie das, was wir gerade gehört haben, waren den Song Shine On You Crazy Diamond. Und Shine On, alle die Sid Barrett kannten, sagten Erleuchtete. Und das gleiche war von Hölderlin gesagt worden. Seine romantischen Freunde, Brentano, Novalis und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch ihrem Freund Hölderlin hinterhergerufen haben. Shine On You Crazy Diamond. Leuchte in die Nacht. Also für mich ist Hölderlin Pop. Großartiger Pop. Und seine Gedichte, seine Elegien, seine Oden. Odei heißt ja im griechischen Gesang. Ja, die muss man sich laut vorsprechen. Weil sie einfach so unglaublich schön sind. Nur einen Sommer gönnt ihr Gewaltigen. Und einen Herbst zu reifem Gesange mir. Dass williger mein Herz vom süßen Spiele gesättigt, dann mir sterbe. Also er wollte nur ein gelungenes Gedicht, einen großen, einen gelungenen Moment, einen erfüllten Augenblick wie Faust in Goethes Faust. Und dann sagte er, dann kann ich abtreten. Und er hatte diesen unwahrscheinlichen Ehrgeiz, diesen Moment, diesen göttlichen Moment zu erleben und ihn in seiner Poesie der Nachwelt zu übertragen, zu bemütteln. Und ja, also warum Hölderlin überhaupt? Nächstes Jahr haben wir 250. Geburtstag. Er ist 1770 am Neckar geboren, in einem kleinen Dorf. Und seine Mutter wollte, dass er Priester wird, Pfarrer wird, protestantisch. Und steckte ihn in eine kleine Klosterschule in Dachdenkendorf, wo er in einer 60-Stunden-Woche Latein und Griechisch und Hebräisch lernte. Also es wurde eben eingetrichtert, das waren sozusagen damals die Penzer, die Schülis zu bewältigen hatten. Und danach kam dann schon fast traditionell der Übertritt ins Tübinger Stift. Und dort teilte er seine Stube mit dem jungen Hegel und dem jungen Schelling, der noch genialer war, noch jünger. Und die drei, die waren sofort eine verschworene Truppe, verschworene Gemeinschaft. Und sie wollten eine neue Mythologie für das Land. Und das, ja, in Deutschland war ja ein Zerrister viel Völkerstaat und machte nicht viel her. Und gleichzeitig war die Französische Revolution. Und an die Banden, die drei, die allergrößten Hoffnungen, an die Aufklärung, an Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, an die Republik, die waren Republikgläubige, Hölderlin schrieb später mal ein sehr umstrittenes und von den Nazis enteignetes Gedicht, fürs Vaterland sterben hieß das. Mit Vaterland meinte er natürlich die Republik, die er herbei sehnte. Insofern war er ein großer Fan von Napoleon. Und mit Hegel und Schelling, wie gesagt, wollten sie eine unsichtbare Kirche gründen. Und Herr Hegel war auch kein Kind von Traurigkeit. Er kam mal betrunken aus dem Wirtshaus nach Hause. Und da rief eben einer seiner Kollegen entgegen, Herr Hegel, du saugst dir auch noch um das letzte bisschen Verstand. Und das zu Hegel finde ich groß, finde ich eine wunderschöne Anekdote. Und, ja, Hölderlin war philosophisch gestimmt, aber er wollte in die Poesie, in die Dichtung. Und er schrieb dann seiner Mutter irgendwann, dass er das, was er bisher machte, nicht ganz so ernst, dass sie das nicht ganz so ernst nehmen solle, weil sein Herz hängt an anderem. Und dass diesen Brief nutzte der Literaturkritiker Volker Weidermann vom Spiegel, um zu behaupten, Hölderlin habe alles sowieso nicht ernst gemeint, das mit den Göttern. Und Hölderlin wollte ja den antiken Götterhimmel wiederbeleben. Überhaupt diese Kritik im Spiegel ist wahrscheinlich das infamste und widerwärtigste, was ich hier an Literaturkritik zur Kenntnis habe. Hier, hier sagt er, aus seiner Heimat, dem idyllischen Rentnerparadies Baden-Weiler, man muss wissen, in Baden-Weiler ist Tschechow gestorben, der hat sich da versucht zu erholen von seiner Tuberkulose, verbat er sich in einem Gespräch mit dem Spiegel, wie kann er nur, und außerdem das, Zitat, inflationäre Geschwärts von Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie. Und dann geht es weiter, O-Ton Weidermann, vielleicht musste es also scheitern, wenn dieser deutsche Sorgenkreis sich nun um das Dichter Hölderlin annimmt. Also ich kann nur sagen, wenn dieser deutsche, Hitlerjunge Volker Weidermann auf die Leute einprügelt, die ihm politisch nicht passen, dann ist irgendwas ganz, ganz schief gelaufen. Sowohl mit seiner Berufswahl, wie mit dem Spiegel ja sowieso. Ich hatte in dem letzten Blog natürlich auch über Alternativmedien geschrieben, und ich war glücklich und war froh, dass ich in TV-Einblick ganze sechs Seiten schreiben durfte über diesen, für mich diesen Popstar, diesen Seelenverwandten, diesen nach Entgrenzung suchenden Dichter, diesen unglaublich beflügelten Götterjüngling und Sinnsucher. Ja, das ist Hölderlin. Und er, also unser Hölderlin, versuchte sich dann an Schiller zu hängen, das war sein großer, sein großer Held, der Freiheitsdichter, er sang auch auf der Stube gerne, das Lied an dem, Charlotte von Kalb, eine Bewunderin von Schiller, eine von ihm verschmähte Liebe. Schiller erinnerte sich an sie, und sie suchte einen Hauslehrer für ihren Fritz, so hieß der Kleene, und er empfahl ihr, der Charlotte von Kalb, eben den jungen Hölderlin. Und Hölderlin hat es mit Beglückung entgegengenommen und aufgenommen, weil er dadurch eine Chance sah, da auch an Schiller näher ranzukommen. Also es war sehr kompliziert damals, diese Schnittmusterbögen der sozialen Beziehungen. Es stellte sich heraus, dass der Kleine Fritz ein Laster hatte, das man damals mit Schwindsucht und Rastiskrankheit und so weiter in Verbindung brachte, nämlich er onanierte wie verrückt. Und die Aufgabe eines Hauslehrers wie Hölderlin bestand nun darin, aufzupassen, dass er es nicht überhandelt. Und er saß nächtelang im Bett bei diesem kleinen Fritz und war dann auch selber ziemlich am Ende und gab dann schließlich die Hauslehrerstelle auf. Aber er hatte das Glück, den Schiller zu erleben und obwohl er Schiller nicht, also er empfahl, der Schiller von Kalb, den Hölderlin mit den Worten, auch wird ihnen sein Äußeres gefallen. Also Schiller sah schon in diesem Götterjüngling auch äußerlich schon irgendwie was ganz Besonderes. und besprach eines seiner ersten Gedichte sehr wohlwollend und er ließ es drucken und Hölderlin dachte, ja, jetzt bin ich angekommen. Aber es war dann doch ein bisschen komplizierter. Es gab eine merkwürdige Begegnung da in einem Zimmer, wo ein anderer, auch auf Schiller wartete, ein älterer Herr und Hölderlin wusste nicht, wer das war, dachte irgendeine Handlung zu heißen und so weiter. Und dann hinterher hat er erfahren, dass es ihm Goethe handelte, also um den, um den wirklich, um den literarischen Gott, ja, der dabei jetzt hat. Und er ist dann nie so hinweggekommen. Goethe sagte auch irgendwann mal zu den Gedichten von Hölderlin, ähm, ja, die sind eben ein bisschen zu. Äh, ne? Er sollte mal sein Geschick an kleineren Gegenständen, also Naturschilderungen und so weiter, äh, versuchen. Also er hat ihn wirklich klassisch verkannt und, ähm, ähm, Hölderlin, Hölderlins Wahn, wenn man so will, war die Antike beim Wort zu nehmen. Damals gab es ja das große, äh, die große Mode der, des klassischen Götterhimmels und, ähm, viele antike, äh, Materialien, auch fürs Theater und so weiter. Und, ähm, und er sagte, er nahm, also Zeus und, ähm, und Aphrodite und, ähm, die Götter, er nahm die, er nahm das wörtlich und, ähm, band er sich ab von seinem, äh, äh, klostergestellten, äh, monotheistischen Christenglauben, ähm, ähm, hin und wandte sich hin in der zu antiken Götterwelt, was natürlich auch ein bisschen exzentrisch war. Und er fand sich einen Helden, den Hyperion. Äh, äh, damals, äh, kämpften die Griechen gerade gegen ihre Unabhängigkeit, um ihre Unabhängigkeit, gegen die, gegen das Osmanische Reich. Und es gab, äh, äh, da natürlich, äh, romantischen Heldenstoff, ähm, also die Griechen musste man, äh, aber, ähm, unser Hölderlin hat schnell erkannt, dass da auch eine Menge, eine Menge Gesinne darunter war, unter diesen sogenannten Freiheitskämpfern. Und, äh, es gibt dann eine Diotima, äh, der eine Briefe, äh, wunderschöne Briefe, äh, schreibt, äh, Liebeslyrik, wie gesagt, also ich, in meiner Pubertät habe ich diese Briefe, ähm, habe ich diese Briefe nutzen können, ähm, und, äh, mit Zitaten daraus, meine, meine Ergüsse geschmückt, ähm, aber die Suzette von Gondorf kennen, eine Bankiersfrau aus Frankfurt, und, lernte sie kennen und lieben, und sie ihn, sie vergatterte ihn. Und das war wirklich die große, große Erfüllung, ähm, seiner, seine Wünsche, und, ähm, die beiden, äh, mussten, weil die Franzosen anrückten, aus Frankfurt raus, und zogen dann nach, äh, weiter in die Heilquellen, nach Bad Driburch, ähm, da habe ich übrigens auch mal die Heilquellen studiert, da habe ich mal versucht abzunehmen, mit der Ecke. Und da? Ja, genau, also Hölderlin hat hier in dem Siersdorfhaus gebucht, ja, ja, und hat auf das, äh, dieses Haus geguckt, auf das Haus geguckt, was hier dann Hölderlin ausgedeckt hat. Und hier ist er dann mit, sie hat Gontar gelandet, ja, und hier sagt man, ist dann wohl die Leidenschaft konsumiert worden. Das stimmt, also das nehmen wir an, dass die, weil die so für sich waren, äh, und sie niemand gestört hat, dass sie dann endlich zum Vollzug gekommen sind. Zum Vollzug gekommen sind, sofern es bei Hölderlin möglich war. Genau. Ja, aber Siersdorf hat sie nicht weiter gestört, sondern hat sie unter sich gelassen. Ja, genau, die hatten eine Wohnung und da war ja noch eine Gouvernante dabei für die Kinder und die Kinder waren da und Hölderlin als Hauslehrer. Wunderbar, wunderbares Haus. Ja, und da habe ich, da bin ich schön geworden jetzt, im Hölderlin Haus. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr heulten Schwäne und tunken von Küssen, tunkt ihr das Haupt ins heilig-nüchterne. Das ist so wunderschön, wie das anfängt, mit gelben Birnen und voll mit Wilden Hosen und Rosen bringt das Land in den See. Egal. Und ja, das war die große, das war die große Erfüllung. Aber dann musste das auch enden, weil der Herr Bankier die Gattin eines Abends in einer ein bisschen verfänglichen Situation mit dem Hauslehrer antraf und sagte, hier raus. Und dann suchte Hölderlin weiter und dann bekam er ein Angebot aus Bordeaux von einem von einem hanseatischen Konsul. Und wie das damals so war, man ging dann los. Also Hölderlin ging los von Nürtingen, Stuttgart aus, wo seine Mutter wohnte, ging dann nach Bordeaux Fuß. Und das ging also über eisige Höhen und dieses Ardèche-Tal und Räuber waren da und es war Winter und Frostig und also es waren wirklich wahnsinnige Strapazen, die er da auf sich genommen hat und landete dann schließlich in Bordeaux, aber nur um eben da nur zwei Monate zu bleiben zum Kramer, weil und dann hat er sich wieder aufgemacht und da muss irgendwas passiert sein, denn er kam zurück zu seinem Freund nach Nürtingen, völlig zerrüttet, lange wirre Haare, lange Fingernägel, beugte sich über den Tisch und sagte, ich bin Hölderlin. Und er war kaum wieder zu erkennen und als er dann nach Hause kam und Mutter und Schwester antraf, bekam er einen Truppsusanfall, dass beide irgendwie aus dem Haus flohen und offenbar in der Zwischenzeit war die Suzette Gontag gestorben und offenbar hatte er die Mutter im Verdacht, die Post kontrolliert zu haben, oder? Es muss irgendwas gewesen sein, was ihn so irrsinnig erschütterte und war er ja sowieso das, was wir heute als Borderliner bezeichnen würden, eine sehr reizbare, nervöse, psychisch labile Figur. Dann kam noch dazu, dass es offenbar eine Verschwörung gab, den Herzog umzubringen und sein Freund Sinclair, der auch so eine Art sehr enger Freund Hörling war offenbar metrosexuell, also Frauen und Männer stellten ihm nach und Hörling war eben dann auch in dieser Verschwörergruppe genannt worden und vielleicht hat ihn das auch um den Rest seines Verstandes gebracht und er kannte ein paar Ärzte, die ihm aber, die ihm dann bescheinigten, dass er so zerrüttet ist, dass er als Verschwörer gar nicht in Frage kommt. Und da gab es dann einen in Tübingen einen Schreiner, der bewohnte einen Turm der alten Stadtanlage der Stadtbefestigung und der nahm dann den Hölderlin auf und es gibt ja dieses berühmte Scheltgedicht von Hölderlin an die Deutschen im Hyperion Handwerker traf ich aber keine Menschen und so weiter und hier war tatsächlich ein Mensch und der hat ihm geholfen und der hat ihn aufgenommen ja und an dieses sehr spannende Gespräch mit Rüder Gilafranski da erzählt er mir nochmal wie aus diesem einem wie die Hölderlin Rezeption gewesen ist Hölderlin galt ja tatsächlich als Revolutionär in der bleiernden Zeit in den 70er Jahren dann gab es die berühmte Frankfurter Ausgabe wo jeder Stoßseufzer und jedes Wort aufgeschrieben und katalogisiert wurde und also diese Hölderlin Manuskripte wie ein Palimpsest der Revolution ja also es gab ja von Foucault dann damals auch die Theorie dass der irre oder der Wahnsinnige im Grunde genommen im Wahnsinn die wahre Gestalt der Vernunft enthüllt und also man hat Hölderlin ikonografiert und was natürlich fragwürdig ist es kaum anzunehmen dass jemand 40 Jahre lang sich verstellt und vor allen Dingen zunehmendem Alter dann die Gedichte dann auch schwächer und mechanischer und schlechter ausgestellt aber natürlich auch ganz überraschende Entdeckungen dass er dann an einem Gedicht wie wenn an Feiertagen plötzlich große Hymne ja und dann unterbricht er bricht ab und dann kommt ein Ach ja und dann eine Lücke ja und in diese Lücke hinein entwickelt er dann dieses wunderschöne Gedicht Hälfte des Lebens ja wie also aus einem Fragment eines Gedichtes ein anderes Gedicht entsteht ja wie so eine zweite Geburt eine Geburt eines Gedichtes in einem Gedicht ja das ist das ist natürlich ungeheuerlich und das kriegt man nur mit wenn man sich natürlich die Handschriften anguckt ja ja was ist jetzt die ähm das Quintessenz das Fazit äh dieser meiner Bewunderung äh für Hölderlin er war der deutsche Dichter er war missverstanden er wurde von allen Seiten vereinnahmt ähm er war ein Schwärmer er war tatsächlich religiös gestimmt ähm er war transzendent gestimmt und er war von dem von dem großen Ehrgeiz besessen ähm seiner Seele Ausdruck zu geben und ähm seiner großen Vaterlandsliebe auch äh die ähm schönsten Elegien gelten seiner seiner Heimat seiner Heimat also es gibt es äh an den Neckar und an Stuttgart und diese ähm Orte an denen er sich aufgehalten hat er ist auch der missverstandenste Dichter ähm die ähm der Georgikreis hat ihn glaube ich in seiner Tiefe in seiner Wesentiefe richtig verstanden missverstanden haben ihn die Nazis in dem äh ähm viel äh in dem geschmähten Gedicht äh äh in dem die Zeile kommt für das Vaterland sterben er meinte natürlich nicht äh den Vernichtungskrieg sondern das Vaterland war für ihn äh der Vorschein der Republik im Grunde genommen äh wollte er damit sagen auf den Barrikaden äh auf den Barrikaden zu sterben äh für die Republik ähm denn so revolutionär war er schon ähm und ich finde dieses zerbrochene und in der Hälfte abgebrochene ähm erleben ähm einfach sehr faszinierend auch die Unbedingtheit seiner Gefühle äh die Liebesgeschichte mit ähm Gisette Contard und ähm ja diese unglaubliche musikalische Sprache hier Piperions Schicksallied ähm ganz wunderbar ihr wandelst oben im Licht auf weichem Boden selige Genien glänzende Götterlüfte rühren euch leicht wie die Finger der Künstlerin heilige Seiten und die übernächste Strophe doch uns ist gegeben auf keiner Städte zu ruhen es schwinden es fallen die leidenden Menschen blindlings von einer Stunde zur anderen wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen jahrlang ins Ungewisse hinab und so ist das dann auch visualisiert in seiner Schrift in dem abfallenden in den abfallenden ähm ähm Versen also Hölderlin ist ähm ein Mythos ein ähm ein Rätsel und einer der in den man sich wirklich nur verlieben kann und ähm ja meine Müller dass er von dem Christenglauben abgekommen ist stimmt nicht so ganz also für ihn ist taucht Jesus dann auf in der in der Gestalt des Dionysos äh in dem berühmten Göttergedicht äh Brot und Wein also die christliche Symbolik ähm hat ihn nach wie vor ähm hat ihn nach wie vor beschäftigt ähm ähm da wir gerade davon reden ähm jetzt haben wir Weihnachten eins der großen Mysterien ähm für mich der Skandal des Glaubens überhaupt äh dass die Leute dauernd von der Reform der Kirche reden ist für mich unbegreifbar äh äh mit diesem größten aller Skandale zumindest was die Vernunft angeht ein Skandal nämlich dass Gott zu Weihnachten Mensch geworden ist Gott ist Mensch geworden und ganz ganz klein geworden und äh das ist für mich eine eine ja eine unbegreifliche Vorstellung die man nur mit dem Herzen begreifen kann und in dem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes Weihnachtsfest und wenn ihr Geschenke machen wollt äh dann vergesst dieses Buch nicht ähm es lohnt sich auf alle Fälle es ist der Krimi der Deutschen der geistesgeschichtliche Krimi der Deutschen von einem erzählt der Philosophie erzählen kann der äh Philosophie zum Abenteuer macht und auch Dichtung äh und die ins Leben verwobene Dichtung äh zum Abenteuer machen kann Rüder Zawranski ein ganz großer Schriftsteller wer dann immer noch nicht sicher ist äh dem kann ich sehr empfehlen von Sibylle Levitscharow ähm von oben äh das ist ein ein unglaublich Roman das ist im Grunde Roman einer einer Seele äh erzählt von einem Gestorbenen aber es es flattert noch es flattert noch Reste der Seele oder Bewusstsein über den Städten ihres Lebens Berlin und sie schaut äh von oben nochmal drauf also dieses Fenster wo äh Angela Merkel im karrierten Bademantel äh sich auf ein äh auf ein ähm äh Treffen mit Bacron vorbereitet aber auch wie Halbstarke ein 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 kleinen äh schüler äh tottrampeln und äh das Selbstmord eines Mädchens Punk Mädchens ähm Wunder in einer wunderschönen Sprache eine die sich dann irgendwann auflöst in so in Planeten in Sternensprache da sind also die Wörter sind so Halbmonde und Planeten und Sterne und so weiter ein so langsam auf sich auflösen es ist ganz ganz großartig von Sibylle Levitscharow ja und wer drauf wer drauf besteht kann natürlich auch äh hier äh Matussek die Apokalypse nach Richard ähm das Buch hat das Zeug zu einem Weihnachtsklassiker zu werden schrieb die Tagespost sehr nett recht vielen Dank ähm ähm äh die ähm Elke Heidenreich äh ähm fand es auch ganz entzückend Karasek hat von einem kleinen Kunstwerk gesprochen ähm das Buch gibt es nämlich jetzt auch als Taschenbuch ja ähm die Apokalypse nach Richard äh heißt die Geschichte und ja und für die anderen die können auch mal das ist immer noch gilt immer noch gültig hier die Weihnachtsaktion wir Deutschen um mal nochmal nachzulesen wer wir sind äh mit Schiller mit Hölderlin mit Goethe mit Beethoven den wir jetzt gerade feiern eben nicht nur mit Hitler ja und die Stiftungsfiguren im Nauenburger Dom die Heilige Ute sind so schön äh dass man dabei ganz gewiss nicht an die äh die Gästerpo denkt und an den Hitler Wahnsinn ähm ja ich danke euch erstmal für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch ein wunderbares Fest und hoffe dass euch die Weihnachtsgans gelingt denn ähm die gute Waldhaut hier in der Apokalypse nach Richard da geht das total schief aber es macht nichts weil die Familie zusammen ist und sich liebt und das ist die Hauptsache und das ist das Geheimnis auch dieses Buches ähm wie gesagt ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest und ähm zum Neujahr ähm spreche ich euch spreche ich euch wieder in einem Blog den ich vorbereitet hab der ein bisschen lustiger ist und ähm ja also frohe Weihnachtsfest für alle bis dann tschüss